Hallo zusammen, mein Name ist Melanie Ohmer, ich bin Schachgroßmeisterin und momentan auch noch Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Und ja, ich habe ein Problem, ich werde nämlich demnächst heiraten, was an sich ja noch kein Problem ist. Aber mein Schatz und ich, wir haben uns noch nicht auf einen Nachnamen einigen können. Mein Freund ist auch Schachspieler, internationaler Meister Nikolas Lubbe, also auch kein so schlechter Schachspieler und der hängt ganz schön an seinem Namen. Und ja, ich auch. Habe mir auch mit meinem Namen ein bisschen was aufgebaut, habe auch eine Homepage, die kann ich euch einmal zeigen, hier melanieome.net. Und ja, wäre für mich keine Riesenkatastrophe, den Nachnamen Lubbe anzunehmen, aber so ganz ohne Kampf gebe ich meinen Namen dann doch nicht her. Und deswegen kamen wir zwei Schachspieler auf die grandiose Idee, wir könnten doch unseren Nachnamen mit einer Schachpartie ausspielen. Ja, und so schaut's aus. Wir werden eine Fünf-Minuten-Partie gegeneinander spielen. Ihr seht hier schon im Hintergrund das Brett. Ich habe schwarz, bin also da schon mal benachteiligt. Und natürlich auch habe ich 200 ELO weniger als mein Schatz, deswegen stehen die Chancen erstmal nicht so gut, dass ich meinen Nachnamen behalten kann. Aber beim letzten Turnier, wo wir gegeneinander geblitzt haben, das war in Lüneburg, da habe ich ihn ganz schön fertig gemacht. Und er muss am Ende dann noch um ein Remis winseln. Ja, also von daher bin ich optimistisch, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm für mich ausgeht. Aber wir werden sehen, ist auf jeden Fall für mich eine Partie, die ja irgendwie an Bedeutung alles übertrifft, was ich bisher an Schachpartien hatte. Nicht schachlich gesehen, aber auf jeden Fall entscheidet das ja, wie ich den Rest meines Lebens heißen werde. Deswegen schauen wir mal, wie das ausgeht. Es ging auch schon los. Nico hat Springer F3 gespielt. Ich antworte mal mit Springer F6 und hoffe, dass wir hier in Königsindisch gehen werden. Ja, er spielt mit Weiß so ziemlich alles. Von daher hätte ich mich auch gar nicht groß vorbereiten können. Die Variante hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Turnierpartie. Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus. Hauptvariante mit Weiß ist ja, wenn man irgendwie mit D4 und C4 spielt. Das ist ja ein bisschen anderer Aufbau, der bestimmt auch seine Vorteile hat. Ja, ich baue mich erstmal normal auf, hätte ich gesagt. Entwickele meine Figuren irgendwie und dann schaue ich mal, wie Weiß hier fortsetzt. B5, ja, so ein bisschen angreifen will ich ja auch irgendwie. Und dann werde ich wahrscheinlich meinen Springer irgendwie nach D7, den von B8 bringen. Mein Läufer vielleicht nach... Auf B7 steht er wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich denke, Weißer Plan ist irgendwie mit E5 durchzubrechen, vielleicht das auch noch mit D4 zu unterstützen. Ich kann hingegen vielleicht auch irgendwann selber E5 spielen. Weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist. Aber bevor ich das zulasse, dass Weiß das machen kann, werde ich das vielleicht doch mal machen. Und ja, mal schauen. Ich habe leider keine Maus, also noch ein Nachteil, den ich hier mal betonen möchte. Das heißt, ich mache hier mit meinem Finger auf diesen Mauspad rum und hoffe, dass dann auch meine Züge immer gezogen werden. Dann, okay, D4. E5 könnte demnächst mal drohen. Ach, ich spiele das einfach mal selber. Ich weiß nicht, ob das jetzt die allerschlauste Idee ist. Mein Läufer auf G7 ist jetzt so ein bisschen eingesperrt. Allerdings hat Weiß ja auch das Problem, dass sein Läufer auf G2 ähnlich schlecht steht. Wir sind jetzt, glaube ich, auch fast in irgendwelchen Spanisch-Strukturen. Naja, nicht unbedingt, weil die Läufer ja anders stehen. Aber ja, das ist natürlich jetzt unangenehm. Ich würde gerne A6 spielen. Das geht aber nicht, weil mein Turm auf A8 hängt. Deswegen muss ich jetzt, ja, das zulassen, dass Weiß diesen Abtausch machen kann. Finde ich ein bisschen unangenehm. Ich hätte lieber mit dem A-Bauern wiedergeschlagen. Aber man kann nicht immer alles haben. Okay, jetzt würde ich gerne meinen Springer nach C5 setzen. Allerdings wird er dann vielleicht gleich wieder vertrieben. Ich könnte meinen Springer auch perspektivisch nach C4 bringen. Ich mache erst mal A5. Mal schauen, ein bisschen Raum gewinnen. Ein bisschen den Weißen auch einengen in seinen Möglichkeiten. Und dann werde ich meinen Springer entweder nach C5 oder nach B6 bringen. Bin noch nicht ganz entschieden. So, Läufer F1. Es ist natürlich schlau, den Läufer ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig auch noch den Bauern anzugreifen. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, weil den gar nicht so gut decken kann. Ich mache mal Dame B6. Aber jetzt stehe ich natürlich so ein bisschen in Läufer E3 drin, wenn der irgendwann mal kommt. Und generell kann Weiß vielleicht auch noch mit Dame B3 den Bauern nochmal angreifen. Dann muss ich irgendwie sowas wie Läufer A6 spielen. Okay, das geht gegen Springer G4, den ich so noch gar nicht in meine Überlegungen einbezogen hatte. Hätte ich vielleicht mal spielen können. Wobei, davor stand ja auch meine Dame noch gar nicht auf B6. So, was mache ich denn jetzt? Ich überdecke den Bauern mal noch prophylaktisch auf B5. Jetzt könnte der A5 irgendwann mal schwach sein. Allerdings droht da erstmal noch keine Gefahr, denke ich. Nico versucht sich da irgendwie besser zu stellen. Ich muss auch mal meine Figuren noch ein bisschen aktivieren. Vielleicht kann ich perspektivisch dann mal B4 spielen. Naja, spielt jetzt hier ganz schön schnell. Das nervt mich natürlich, weil die Zeit ist immer so mein größtes Problem. Vor allen Dingen, wenn ich nebenbei noch reden muss, wird das dann immer schwieriger, sich gleichzeitig auf die Zeit zu konzentrieren, auf die Stellung und auf so ziemlich alles, was es hier zu beachten gibt. So, Rückzug. Jetzt habe ich ja schon mal was gekonnt. Jetzt ist eigentlich mal ein guter Augenblick, um anzugreifen. Ich würde gerne B4 machen, aber dann kommt vielleicht Springer... Ah ne, Springer C4 kann ich rausnehmen. Ah, aber er kann glaube ich erst auf A6 nehmen. Wie nehme ich denn da wieder? Das muss ich mir gleich schon mal überlegen. Mit dem Turm dann kann Springer... Obwohl Springer C4 ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ja, aber auch nicht so schön. Naja, ich mache es trotzdem mal, weil nach Springer C4 hängt immerhin auch... Ach, es hängt irgendwie alles. Dann hängt der E4. Allerdings muss ich auch erst mal meine Dame irgendwie so ziehen. Vielleicht nach B5, dass alles gedeckt ist. Ha, ist gar nicht so einfach hier. C4, okay. Jetzt kann ich mit dem Springer nach D3 reinhüpfen. Aber ich weiß gar nicht, ob mir das groß was bringt. Weil dann geht der Turm einfach weg. Und ich habe glaube ich nicht groß was gekonnt. Und ich glaube ich werde mal versuchen ihn hier so ein bisschen einzuengen mit B3. Einfach, dass er sich nicht mehr so gut bewegen kann. Springer D3 läuft mir ja im Prinzip nicht hier weg. Ich werde dann versuchen mit A4, A3 durchzubrechen. Dann drohen auch immer so Geschichten mit B2. Huch, jetzt habe ich seinen Zug verpasst. Oh Gott, ich sollte nicht so viel reden. Denn sonst ist meine Zeit hier weg. Okay, alles klar. Er hat gesehen, was hier droht. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Ich sehe schon, er spielt jetzt auf Zeit. Weil er von der Stellung her schlecht steht. Aber das reicht ja leider im Blitzen auch, wenn man da auf Zeit gewinnt. Okay, schauen wir mal. Ich muss jetzt einfach nur schnell spielen, hätte ich gesagt. So, davon ist mir die Idee jetzt auch nicht ganz klar. Ich glaube, ich wollte den, ja genau, ich wollte den über B8. Oh, jetzt hängt hier. Ne, wie nervig. Jetzt muss ich den auch decken. Ich wollte auf jeden Fall meinen Springer über B8 nach A6 überführen. Nein, ich verstehe noch nicht ganz seinen Plan. Vielleicht Springer D3. Okay. Aha, da ist sein Plan gewesen. Er möchte meine starken Springer abtauschen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Oh Mann, jetzt hat meine Maus versagt. Okay, ich sehe schon, mit der Zeit komme ich hier irgendwie nicht so gut hin. Das stört. So, jetzt muss ich das hier erstmal durchblicken. Okay, einmal kann ich schlagen. Jetzt gehe ich mal aus der Fesselung raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die Zeit, die Zeit, die Zeit läuft mir davon. Und ich habe leider das Problem, dass ich jetzt auch schlecht abgetauscht habe. Jetzt habe ich den schlechten Läufer hier noch. Ah, jetzt droht Springer B3. Das muss ich natürlich verhindern. Und meine Zeit ist so schlecht. Meine Zeit ist so schlecht. Das kann doch nicht sein hier. Jetzt möchte ich gerne meinen Läufer über E7 überführen. Und jetzt wird aber, glaube ich, auch langsam meine Stellung ein bisschen schlechter. Und ich kann mit meiner Maus immer noch nicht so viel anstellen. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt bricht er hier langsam durch. Das ist natürlich sehr unangenehm. Das Feld F6 ist schwach. Und ich sehe, dass ich gleich auf Zeit verliere. Und wahrscheinlich auch auf Stellung. Weil jetzt hängt der D6. Und, oh Gott. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich Dame F6 oder so. Und dann fliegt hier gleich alles auseinander. Ja, sehr, sehr ungünstig. Na ja, gut. Dann muss ich mir zumindest nicht vorwerfen, dass ich nur auf Zeit verloren habe, sondern dann auch noch auf Stellung. Gut. Alles klar. Ja, jetzt muss ich erst mal damit klarkommen, dass ich meinen Namen bald abgeben werde. Aber ich denke, das werde ich verkraften. Kraftenlupe ist ja jetzt auch nicht der allerschlechteste Name. Und ja, zur Partie kann man sagen, ich glaube, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Ich stand, glaube ich, im Mittelspiel ziemlich gut. Ich hatte dann auch meine Springer, die dort die Stellung sehr gut dominiert haben. Danach habe ich so ein bisschen schlecht abtauschen lassen, beziehungsweise halt Abtausch zugelassen. Sodass ich dann am Königsflügel auch ganz gut Gegenspiel erzielen konnte. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Zeit, dass ich am Ende dann alles versaut habe. Aber ganz klar, am Ende ist meine Stellung auch ganz schlecht. Von daher habe ich sowohl auf Zeit als auch auf Stellung verloren. Ja. Muss jetzt meinen Namen hergeben. Aber werde ich mich bestimmt mit anfreunden können. Und jetzt ruft mein Schatz auch schon an. Von daher sage ich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Partie. Und ja, wir sehen uns bald. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.